in diesem video zeige ich dir wie du auf der plattform social projekte genial 2015 werbung schalten kannst und zwar beim werberotator wenn du dich in dein account eingeloggt hast dann befindest du dich auf dieser oberfläche dann scrollst du hier runter und gehst hier auf mein werberotator hier drauf klicken dann sind hier die richtlinien das bitte durchlesen und dann auch bestätigen so und jetzt kommt schon diese oberfläche das heißt mein name dann meine e mail adresse und eine webseite oder die landing page das spielt im prinzip jetzt keine rolle ich gebe jetzt meine webseite hinein und den link von der landing page den gewicht dann natürlich im text hinein hier die webseite die besten werbe plattformen so und jetzt ausfüllen welches projekt oder beziehungsweise wo die werbung dazu passt soziales projekt gesundheit sport freizeit produkte dienstleistung job angebote zusatz verdienst und andere also bei mir werden das zum beispiel werden das zwei projekte aber ich bleibe bei soziales projekt oder zusatz verdienst geht auch und auch bei job angebote mache ich einen haken rein vielleicht noch bei anderes maximal drei sind möglich ok auch gut dass er das heißt diese drei lasse ich zusatz verdienst job angebote und soziales projekt hier jetzt den werbetext dann habe ich mir natürlich vorbereitet dann hole ich mir auch dazu wechsle ich um in google drive und hol mir diesen text hier blau hinterlegen steuerung c wieder zurück auf die plattform und hier steuerung v hinein kopieren ok und hier jetzt kann ich den link nehmen von meiner landing page und dann das damit hier verlinken das mache ich auch dazu wechsle ich um in meinen autoresponder und hole mir diesen link hier copy zurück auf die seite dann hinterlege ich das hier wieder blau gehe hier auf dieses glied und kopiere hier jetzt diesen link hinein sternchen in einen neuen tab öffnen und gehe auf aktualisieren dann scrolle ich runter und hier kann ich jetzt noch ein pfeil hinzufügen ein foto crossfile gehe hier drauf hole mir jetzt von meinen rechner ein bild dazu gehe ich jetzt hier auf datei auswählen gehe hier kommt dann auf meinen rechner und kommen in den richtigen ordner und nehmen hier dieses foto also gpeg bng oder gif alles ist erlaubt und passt und könnte hier unten könnte ich sogar noch ein video hinzufügen mache ich jetzt in diesem fall nicht und gehe hier jetzt unten auf werbung veröffentlichen hier drauf klicken sodann werde hier weiter geleitet und hier steht schon eintrag erfolgreich erstellt jetzt könnte ich noch eine neue werbung erstellen wenn ich wollte lasse ich aber jetzt im ersten moment und ich kontrolliere das jetzt noch dazu scroll ich jetzt ganz hinauf und sehe hier jetzt schon meine werbung und hier kann ich jetzt die werbung noch einmal bearbeiten wenn ich will diesen eintrag bearbeiten aktualisieren oder sonst löschen so und hier jetzt bitte aufpassen die werbung kann von dir jederzeit gelöscht oder geändert werden und verlängert sich nach jeder aktualisierung kostenlos um weitere 14 tage und ist jetzt noch 13 tage gültig das heißt du musst spätestens nach 14 tagen diese wieder aktualisieren wenn du in deinen account eingeloggt bist dann einfach hier auf diesen eintrag dieser eintrag ist aktuell und dann kommt hier der button aktualisieren und dann läuft es wieder um weitere 14 tage das heißt du musst alle 14 tage kannst du diesen eintrag erneuern kannst du eine neue werbung schalten besser gesagt du kannst sowieso mehrere werbungen schalten das ist ja nicht das thema jede werbung ist allerdings alle 14 tage zu verlängern gut das soll es schon gewesen sein für diesen teil der werbung den link für diese plattform findest du wie immer unter diesem video hat dir das video gefallen na dann einen daumen erhoben wenn ich dieses auch in ordnung und wenn du immer am letzten stand sein willst dann abonniere einfach meinen youtube kanal dann bist du immer up to date also viel spaß und viel viel erfolg